Die Mannschaft verpasste den dritten Sieg in Folge, obwohl sie bis zur 70. Minute einen Zweitorevorsprung vor dem SC Freiburg behielt. Bevor es weitergeht, hinterlassen Sie bitte Ihr Like für das Video, damit Sie keine Neuigkeiten zu den Fohlen verpassen. Maximilian Wöber erklärte, der späte Ausgleich sei auf die fehlende Entlastung der Mannschaft zurückzuführen. Wöber, Innenverteidiger der Borussia, äußerte sich unzufrieden mit dem Endergebnis. Er betonte, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit viel verteidigen musste und die fehlende Entlastung offensichtlich sei. Ihm zufolge habe die Mannschaft den Druck und das aggressive Spiel der Freiburger am Ende zu früh akzeptiert, anstatt aktiver und aggressiver mit dem Ball umzugehen. Maximilian Wöber betonte, dass sich die Mannschaft nicht mit nur einem Punkt zufrieden geben dürfe und erklärte, das Ziel müsse immer der Sieg sein. Mit Blick auf das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg betonte er die Notwendigkeit, über das gesamte Spiel hinweg eine konstante Leistung aufrecht zu erhalten, um sich die drei Punkte zu sichern. Also, Fan von Borussia Mönchengladbach, was haltet ihr von Wöbers Aussagen? Wie kann sich die Mannschaft ihrer Meinung nach für die nächsten Spiele, insbesondere gegen den VfL Wolfsburg, verbessern? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten und Updates von Borussia Mönchengladbach. 25. 6. 7. 11. 11. 14. 15. 15. Untertitelung des ZDF, 2020